Sie können wählen. Sie können demonstrieren. Sie können kommentieren. Sie können diskutieren. Oder Sie können für die NPD unterschreiben. Jetzt den Antritt zur Europawahl unterstützen. Widerstand ist vielfältig. NPD ist Widerstand. Europa gerät in Bewegung und rückt immer weiter nach rechts. Wir Nationaldemokraten wollen bei der Europawahl am 26. Mai 2019 unseren Teil zu diesem europäischen Rechtsruck beitragen. Die Unterzeichnung des UN-Migrationspakts zeigt deutlich, uns Europäern bleibt nicht mehr viel Zeit, unseren Kontinent vor der großen Umvolkung zu bewahren. Es ist Zeit für Widerstand. Widerstand in den sozialen Netzwerken, Widerstand auf der Straße, Widerstand in den Parlamenten, Widerstand auf allen Ebenen. Unterstützen Sie mit Ihrer Unterschrift die NPD-Mannschaft um Udo Vogt. Helfen Sie uns, den nationalen Widerstand gegen die EU zu verstärken. Für ein Europa, in dem unsere Völker eine Zukunft haben. Mehr Informationen und Unterschriften listen unter www.npd.de 6 16 15 16 15